Herr Dressler, ich weiß, dass Sie gerne über Inhalte sprechen, aber wir müssen mal über Personalien sprechen. Da sind zwei Positionen, nämlich Außenminister und dann im Zweifel natürlich auch der Wirtschaftsminister zu besetzen. Außenminister, wissen wir ja jetzt, wer es wird, also wenn es so kommt. Was denn mit dem Wirtschaftsminister? Also ich höre aus den Tickermeldungen der Agenturen, dass es Frau Zypris werden soll. Ich kenne Frau Zypris seit vielen Jahren, die ist erfahren in Regierungsämtern, ist jetzt Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium. Also eine, sagen wir mal, logische Abfolge. Und was das Außenministerium betrifft, haben wir schon erwähnt, wie die Dinge liegen. Entscheidend ist für mich in dieser Frage die Kanzlerkandidatur. Was ist mit dem Parteivorsitz? Jetzt geht Schulz als Parteivorsitzender und Kanzlerkandidat in die Auseinandersetzung oder geht das nicht? Wie werden da die Termine gesetzt? Und wird er in der Lage sein, die Partei in ein Regierungsprogramm mitzunehmen, wie Frau Mattis das gerade ausgedrückt hat? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn er dieses nicht schafft, ist die Sache nicht zu machen. Wenn er es schafft, hat er eine Chance. Mehr wage ich nicht zu formulieren. Professor Grunberg, hat jemand eine Chance in einem halben Jahr, und Sie haben ja die nordrhein-westfälische Wahl zu Recht eben als quasi kleine Bundestagswahl schon erwähnt, in so kurzer Zeit sich so innenpolitisch zu profilieren, dass er der SPD da im Grunde genommen helfen kann, wieder auf die Beine zu kommen? In Ihrer Frage schwingt ja Skepsis berechtigt mit. Und das kann er natürlich genau versuchen, jetzt umzudrehen und zu sagen, und genau die Chance nutze ich jetzt. Weil das Zeitfenster so schmal ist, weil die Konstellation ist, wie sie ist. Wenn Hilde Mattis gerade sagt, wir haben uns gesammelt, dann ist man durchgeschüttelt worden, dann war was in Unordnung. Und das ist ja zweifelsfrei heute der Fall. So, wieder mal. Jetzt dann zusammen, Herr Dressler hat zu Recht gesagt, jetzt muss er natürlich alles daran setzen, auch den Parteivorsitz, das muss zusammen sein, Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur. So, dieses schmale Zeitfenster muss jetzt genutzt werden, jetzt müssen alle zusammenstehen. Jetzt kam schon die SPD-Link und sagt, ja, ihr müsst uns auch mitnehmen. Klar, das muss ihm dann gelingen. Aber es bleibt ihm gar nichts anderes übrig. Und im Übrigen ja den anderen auch nicht. Wir haben eben schon darüber gesprochen, Schulz hat Stand heute nur eine Chance und die Rechnung wird präsentiert am 24. Abend oder 25. September. Aber die drumherum stehen, die jetzt das mit herbeigeführt haben oder es haben sich so entwickeln lassen, tragen ja Mitverantwortung. Und wenn es jetzt an der Spitze der Sozialdemokratie immer wieder heißt, das ist eine ganz entscheidende Wahl, dann hat man da sicherlich recht, wenn wir uns die Wahlergebnisse von Steinmeier über Steinbrück anschauen, dann steht es um die SPD elektoral auf Bundesebene. In den Ländern sieht das anders aus. Aber dann sieht das auf Bundesebene für die SPD sehr, sehr schlecht aus. Insofern ist das eine Schlüsselwahl. Und weil jetzt die Vorzeichen zumindest heute für Schulz alles andere als günstig sind, kann er daraus aber versuchen, Dynamik zu gewinnen. Aber Herr Dressler, sehen Sie das auch so, sehen Sie es auch als Chance? Professor Kronenberg hat gerade gesagt, das kann man auch im Grunde genommen drehen. Oder sind Sie skeptisch und sagen, das ist alles ein bisschen knapp und dieses Chaos, was wir gerade erleben, zumindest im äußeren Sinne, das ist eher dazu angetan, vorsichtig zu sein, ob die SPD da auf die Beine kommt. Also ich habe so eben formuliert, dass das Wahlergebnis am 24. September, egal wie es ausgeht, schlecht oder gut, sein Ergebnis sein wird, für das er die Verantwortung trägt. Da hat er jetzt den Schritt A gemacht, nämlich ich übernehme. Und weil er gesagt hat, ich übernehme, muss er logischerweise jetzt auch die Rahmenbedingungen dieser Übernahme organisieren. Und das bedeutet, er muss ein Parteiprogramm für die SPD, nicht für einen Teil der SPD formulieren. Und er muss der Partei eine Machtoption vermitteln können und übrigens den Wählerinnen und Wählern über SPD hinaus. Eine Partei, die keine Machtoption hat, die braucht gar nicht anzutreten. Ganz herzlichen Dank für die Einschätzung, meine Herren.